Vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in einer Woche, vielleicht ist es risikobehaftet. Aber wenn es klappt, dann ist es auf jeden Fall ein geiler Deal. Heute möchte ich euch eine Immobilienstrategie vorstellen, die sehr unternehmerisch gedacht ist. Unternehmerisch versus Zeit gegen Geld tauschen ist ja, beim Zeit gegen Geld tauschen investiert man seine Zeit und kriegt dafür Geld. Beim unternehmerischen Denken macht man einfach einen Deal und tut rein an wirtschaftlichen oder an einem Trade, Geld verdienen ist das Beispiel. Oder das Unternehmen läuft autonom und man hat einen Angestellten, Mitarbeiter, Geschäftsführer und so weiter und ist einfach nur beteiligt. Das, was ich euch heute vorstelle, ist mehr unternehmerisch als das Zeit gegen Geld tauschen. Natürlich im Detail immer eine Definitionsfrage, wie man das darstellt, aber ich denke, das Prinzip ist euch klar. Welche Immobilieninvestmentstrategien gibt es im wohnwirtschaftlichen Bereich, im Eigentumswohnungsbereich und zwar das einfachste ist Buy and Hold. Kaufen, vermieten und warten, bis die Mieter den Kredit abbezahlen und quasi die Rendite das Objekt trägt und die Kosten und so weiter werden alle von dem Cashflow getragen. Und am Ende des Tages hast du irgendwann eine abbezahlte Immobilie oder verkaufst die mit einem Restkredit und die Differenz ist dann dein Gewinn oder langfristig gedacht immer die Miete schon ist der Gewinn. Zweites Modell, welches mittlerweile wahrscheinlich auch jedem bekannt ist, ist Fix and Flip. Man kauft, saniert und verkauft weiter. Indem man einen Mehrwert geschaffen hat durch die Sanierung, wird das Objekt teurer verkauft. Ist sehr aufwendig, auch ein bisschen risikobehaftet wegen After-Sales-Themen. Da gibt es ja die ein oder andere Pressemitteilung aktuell, wo man drauf schauen muss, damit da halt man keinen Stress hat hinterher. Drittes Thema, Buy and Flip. Buy and Flip, das ist das Videothema heute auch. Kaufen und dann wieder verkaufen. Aber wie soll das denn gehen, dass es teurer ist? Und zwar, indem man eine problembehaftete Immobilie einkauft, weil die aktuell keiner will. Man löst das Problem, also ein bürokratisches Problem öfters mal und dann verkauft man die wieder, wenn das Problem gelöst ist. Wie man das angehen kann, da gibt es natürlich auch zwei, drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, man kauft es privat. In der Regel ist dann zum Beispiel ein einfaches Beispiel, ich habe auch eine Wohnung gekauft, die so ist. Die nehme ich auch gleich mal als Beispiel her und zeige euch die Kalkulation, wie man die berechnen kann und was das Potenzial ist. Aber ich sage ganz klar Potenzial, weil du hast halt ein Potenzial, wann das aber gezogen werden kann, das weiß kein Mensch. Ja, vielleicht auch nie. Vielleicht in zehn Jahren, vielleicht in einer Woche, vielleicht ist es risikobehaftet. Aber wenn es klappt, dann ist es auf jeden Fall ein geiler Deal. Man kann die privat kaufen, das ist zum Beispiel eine Wohnung, die von meinem Beispiel auch, das ist eine sehr günstige Wohnung gewesen mit einer sehr niedrigen Miete. Das heißt, die Wohnung will keiner. Wenn man die besichtigt, sieht die aus wie wirklich nicht gut, sieht gar nicht gut aus. Die ist komplett durchverheizt, die Wohnung. Da wohnt einer drinnen, der zahlt zwar die Miete, das heißt, man kann ja auch keine Räumungsklage machen oder so, weil die Miete kommt, die ist viel zu wenig. Wenn man die um zehn Prozent erhöht, ist es immer noch viel zu wenig. Das sieht aus in der Wohnung, da drin stinkt, es ist durch einfach. Die Wohnung ist einfach durch und rechnet sich nicht. Wenn die aber leer wäre, dann würde sie sich rechnen. Wenn man die jetzt beispielsweise kaufprivat Potenzial hat, dass der Mieter irgendwann auszieht, vielleicht zieht er irgendwann aus. Ja, okay, der zieht aus. Man vermietet neu, hat man eine geile Rendite. Dann kommt man aber in das Thema rein, wie finanziert man das Ganze. Das ist so eine Hürde, da gehe ich gleich darauf ein. Oder wenn man es verkaufen will, kommt man in das Thema rein, steuerpflichtiger Verkaufers, Privatperson ist auch nicht so geil. Ihr müsst euch mal vom Steuerberater beraten lassen. Wenn man das Ganze in der GmbH reinpackt, dann hat man das Thema mit der Rendite nicht gelöst, bis der Zeitpunkt ist, dass man es vielleicht irgendwann verkaufen kann. Das ist definitiv tricky. Wenn der Mieter auszieht, hat man kein Problem mehr, weil man es dann einfach verkaufen kann, weil die GmbH ja als Deckmantel geht für diesen gewerblichen Grundstückshandel, aber auch dazu würde ich mit dem Steuerberater reden. Thema in der GmbH, sowas zu finanzieren, definitiv auch der Cashflow und die Rendite, weil in der Regel gerade solche risikobehafteten Projektfinanzierungen nicht so einfach sind zum Gestalten. Da kommt es dann darauf an, wie viel Cashflow bei der privaten Geschiene von Anfang, kommt es darauf an, wie viel Gehalt hast du, wie viele andere Mieteinnahmen hast du usw., ob die Einnahmen reichen, um die Kosten zu decken, die du da hast, oder den negativen Cashflow oder die Unterdeckung zu decken, die du da hast bei der Finanzierung, ob das reicht. Wenn ja, kannst du es so machen. Gleiches gilt in der GmbH, wenn du Einnahmen hast, die quasi den negativen Cashflow covern können, dann ist das kein Problem. Wenn du die nicht hast, dann musst du entweder Cash kaufen oder eine sogenannte Objektfinanzierung machen. Die zeige ich gleich mal in dem Excel-Sheet. Eine Objektfinanzierung ist auf jeden Fall sehr, sehr Eigenkapital intensiv, oder halt man kauft komplett Cash. Das sind so die Szenarien, die ich jetzt hier mal auf den Tisch legen möchte und solche Objekte gibt es gerade wie Sunder Mair. Ich bin danach auf der Suche, wenn ihr welche verkaufen wollt in Baden-Württemberg, Hessen, Bayern schauen wir uns vielleicht auch mal an, haben wir noch nie gemacht, aber habe ich ein Auge drauf, ist nicht so weit. Und dann schickt es mir rüber. Rheinland-Pfalz auch. Genau, aber vorzugsweise Baden-Württemberg. Let's jump to the MacBook. Das ist eine Wohnung, eine Beispielbude, habe ich jetzt mal genannt, die ist hier in Baden-Württemberg bei uns. 70.000 Angebotspreis, wir konnten 62.000 durchsetzen. Ich kaufe Nebenkosten 4.000 Euro etwa, war Makler mit dabei. Ich weiß nicht mehr genau, ich rechne mal einen rein einfach. Sanierung haben wir nicht gemacht bis jetzt. So, das ist der Kaufcase, die Miete pro Monat ist 185 Euro Kaltmiete. Das Hausgeld, also Nebenkosten pro Monat 2 Euro pro Quadratmeter, habe ich immer so als Pauschale mit drin, also manchmal ist 1 Euro, manchmal ist 3 Euro. Ihr könnt die Excel euch selber nachbauen und könnt reinschreiben, was ihr wollt. Ihr könnt auch 0 Euro reinschreiben, einfach wie ihr es für richtig haltet. Ich halte das für richtig, daher schreibe ich 2 Euro rein, weil ich Pi mal Daumen, das durch den Schnitt weg so für realistisch halte. Das sind die Kosten, auf denen du sitzen bleibst als Vermieter. Das ist schon relativ viel, finde ich, aber also 2 Euro pro Quadratmeter, in dem Fall ist eine kleine Wohnung, deswegen ist es nicht so viel Geld. Ich habe es aber drin mit dieser Annahme. Und hier Zinsen Bank 3,8%, Tilgung Bank 2%. Das sind so die Sachen, die ich mal reingeschrieben habe. Aber was du jetzt auf jeden Fall schon mal sehen kannst, Kaufkosten in Bezug auf die Immobile sind 68.243 Euro. Wenn man jetzt ohne Eigenkapital reingeht in das Ganze, also voll finanziert, was halt ein Case ist, den echt jeder gerne macht, 110% finanzieren, also die gesamten Kaufkosten. Wie kommt man auf 110%? Kaufpreis ist 100%, Kaufnebenkosten sind 6,5% plus 3%, Makler sind ungefähr 10%, also 3% plus Umsatzsteuer sind ungefähr 10%. Pi mal Daumen, deswegen sagt man immer 110% Finanzierung im Umgang mit Sprach. Umgangssprachlichen Gebrauch und dann kommt man hierbei raus. Bei 68.000 Fremdkapital, 3,8% Zins und 2% Tilgung. Das ist so eine Kondition, die aktuell manchmal angeboten wird. Wenn es ein risikobehaftetes Ding ist, vielleicht auch mal eine 3% Tilgung oder so, kann auch mal sein. Aber jetzt gehe ich mal von einer Standardkondition aus, die kann so sein. Bei 5 oder 10 Jahres Festschrift, Variabel, ist es mehr. Und wenn man den Verkaufs-Case anstrebt, bekommt man so eine Finanzierung leichter hin als eine Variabel, glaube ich, weil der Cashflow nicht ganz so arg negativ ist. Aber im Verkaufsfall muss man halt dann eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Jetzt haben wir geschaut in den Portalen und bei den Bewertungswebseiten hier, wo man rauskommt. Also 20 Quadratmeter in der Lage, zahlen wir 3,1 auf den Meter, sind brutto 3.412,17 Euro. Man kann, wenn es saniert ist, für 5,5 verkaufen dort in der Lage, laut Referenzobjekten in ähnlichen Baujahr in dem gleichen Makroumfeld innerhalb der Stadt. Dann kommt man raus, wenn man die verkaufen könnte, saniert oder renoviert. Also die war verwohnt, aber nicht so, dass es quasi Elektrik und Wasser geschädigt war. Also man hätte bei der Wohnung machen müssen, Wände, Boten und Silikonfugen, Küche raus, vielleicht eine neue rein, aber nicht eine komplette Kernsanierung. Das heißt, man hätte jetzt, wenn man die verkauft, in einem guten Zustand Luft auf 41.000 Euro. Das heißt, für den Betrag kann man sanieren. Wenn man für 110.000 Euro verkauft, ist man 0 auf 0 raus. Deswegen, wenn man 10.000 investiert, kommt man mit 30.000 Gewinn raus. Wenn man gar nichts saniert, was jetzt der Hintergrund dieses Videos ist, Buy and Flip. Ich kaufe die Wohnung ein mit einem riesen Problem für 60K und verkaufe sie ohne Problem im Sanierungszustand für jemand, der Buy and Hold machen will, aber halt sich einen Einkaufsgewinn realisieren will, was ja voll und ganz gar kein Stress ist für alle Beteiligten. Also der Verkäufer verkauft eine Wohnung mit einem Sanierungszustand, Renovierungszustand, aber nicht mit dem wirtschaftlichen Problem, was wir noch haben aktuell. Und der Käufer kauft sich eine Wohnung ein, wo er mit Eigenleistung, gerade so vielleicht die erste, zweite, dritte Bestandsimmobilie her sanieren kann und dann hat man hier einen geilen Einkaufsgewinn. Weil ich könnte es zum Beispiel verkaufen für 4.500 oder 4.200, ja, für 84K wären 15.000 Gewinn oder 4.500, sage ich jetzt mal. Das wären 21.000 Gewinn. Relativ günstiger Preis, 90.000 für den Käufer auch, weil wenn man sieht, die hat einen Wert von 5.500 bis 6.000 auf den Meter in der Lage. Das wäre trotzdem noch ein guter Schnitt für beide Seiten, ja, weil mir es immer wichtig ist, dass der Verkäufer einen guten Deal machen muss. Das ist ja logisch, weil jeder, der eine Immobilie verkauft, will ja was dabei verdienen. Und der Käufer soll aber auch einen guten Deal machen, sodass er wiederkommt und auch Wiederkäufer ist und einfach langfristig auch ein gutes Investment getätigt hat, was er nicht bereut. Und dementsprechend ist das eine Win-Win-Situation, wenn man hier mit Eigenleistung für 90.000 Euro kaufen würde als Beispiel. In dem Beispiel, ja, kommt man da relativ gut weg. Miete pro Monat ist aktuell 185. Einnahmen im Jahr sind dann 185 mal 12, also 2.200 Euro im Jahr. Und das Problem ist halt einfach, wenn man jetzt hier eine 110%-Finanzierung macht, hast du die Einnahmen, dann hast du die 2.500 Zinsen im Jahr, dann hast du die Tilgung von 1.300 Euro im Jahr und das Wohngeld von 480 Euro im Jahr, was ein negativer Cashflow ist von 2.218 Euro und 10 Cent. Das ist natürlich auf jeden Fall nicht geil. Die Sollmiete, die ist auf jeden Fall viel, viel höher, weil man kann hier die kleinen Wohnungen, Studentenapartments und so weiter ein bisschen möblieren, kriegst du locker deine 560, 600 Euro hin. Wir können auch mal mit 400 rechnen, dass es halt ein bisschen entspannter ist, aber trotzdem noch relativ viel. Und wenn ich jetzt mal hier oben meine 400 eintrage, sehe ich, okay, hat man einen Cashflow, wenn ich mal auf 25 hier gehe, was auch möglich ist, bei 500 Euro, da hast du ein 1.5 Cashflow im Jahr, das ist kein Problem, 110% zum Finanzieren. Aber eben nicht am Anfang für mich als Einkäufer einer Buy-and-Flip-Ummobile, die ein wirtschaftliches Problem hat, und zwar, dass der Cashflow einfach viel zu wenig ist, und zwar hier bei 185 Euro. Was kann ich jetzt machen, damit ich dieses Objekt kaufen kann? Also es gibt halt zwei Möglichkeiten, privat oder in die Firma rein. Wenn man es langfristig halten will, ist sowas privat endgute Deal, wenn du es finanziert bekommst, ohne Probleme, weil du musst halt diesen negativen Cashflow durch andere Einnahmen deckeln können. Wenn du es in die Firma reinkaufst und verkaufen willst, ist es auch endgute Deal, also in beiden Fällen, nur ein anderes Exit-Szenario. Also wenn man es jetzt finanzieren will, das Ganze, und man hat keine Cashflows, auf die man sich verlassen kann, zum Beispiel Selbstständige oder fixen Flipper haben jetzt nicht solche Cashflows, auf die man sich verlassen kann, weil du weißt ja nicht, kommt immer wieder beim Selbstständigen der Cashflow nach, ja oder nein. Deswegen würde eine Bank maximal eine sogenannte Objektfinanzierung machen. Und wie schaut die aus? Die schaut so aus. Ich habe 2.200 Euro Miete im Jahr. Ich habe eine Rate von dem hier, 6%, 5,8. Und dann wird einfach gerechnet, 2.200 durch 5,8. Ich finanziere dir 38.000 Euro, sagt die Bank. Das ist der Deal. Maximal Objektfinanzierung 38.000 Euro. Ich brauche 29.000 Euro Eigenkapital, damit ich die Finanzierung 100% bekomme. Zu 100%, dass sie durchgeht. Wobei die vielleicht nicht mal zu 100% durchgehen würde, weil wir hier die Nebenkosten, habe ich gerade noch gesehen, nicht berücksichtigt haben. Weil wir haben ja trotzdem noch einen negativen Cashflow. Das war unter der Annahme von 0 Euro Nebenkosten, ja. Aber die lassen wir erstmal beiseite. Das ist so ein Case, wo du rechnen musst. Eigenkapital 30.000, Bank 38.000, Finanzierung, Zinsen und Tilgung. Das ist die bittere Realität, ja. Das ist wirklich so mittlerweile. Also vor 3, 4 Jahren war es anders, weil die Zinsen halt einfach hier bei 1% waren. Dann kommst du halt hier auf was ganz anderes raus, ja. Dann hätte sich die Immobilie gerechnet, aber jetzt rechnet die sich nicht mehr. Und dementsprechend ist das die bittere Wahrheit. Ich fasse nochmal zusammen. Wie würde ich das Ganze finanzieren? Welche Möglichkeiten hat man? Privat oder gewerblich? Wenn du das Ganze privat kaufst, dann würde ich auf jeden Fall aus meiner Brille, wie ich es jetzt beurteile, sowas nur kaufen. Wenn der Mieterwechsel ist, werde ich es renovieren oder sanieren, optimal vermieten und langfristig halten. Wenn ich es in die Firma reinkaufe, dann kaufe ich das rein und verkaufe es gleich weiter ohne Sanierung, denn es ist ein unternehmerischer Case, ohne Zeit zum Investieren. Man kauft das, besichtigt es einmal und verscherbelt es günstig, unterm Wagtwert, damit der Käufer relativ schnell kommt, keinen Stress hat mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis und selber mit Eigenleistung hier einen richtig guten Mietcase hinbekommen kann. Das sind so die zwei Szenarien, die ich sehe. Was ich nicht machen würde, sowas kaufen und dann sanieren, wenn der Mieter auszieht und dann verkaufen. Das ist zu aufwendig vom Risikoprofil her und von der Zeitleistung. Da bin ich mittlerweile weg von. Diese Art von Deals mache ich nicht so gern mehr. Aber Case 1, Buy and Hold, Long Game. Und wenn dann dieses hohe Eigenkapital wieder frei wird, weil du eine neue Miete hast, du kannst zum Beispiel vereinbaren, ich lege dir das Eigenkapital ein, Bank, und wenn ich aber die Miete von 180 auf 500 Euro steigere, dann kriege ich das Eigenkapital zurück oder ich erhöhe sogar die Finanzierung. Solche Möglichkeiten kann man grundsätzlich in Kredit reinverhandeln. Bei einem anderen Thema, das ist ja eh gehopft wie gesprungen, jetzt wird ja eh verkauft und das ist idealerweise auch dann mit Eigenkapital machbar oder eben mit möglichst wenig Fremdkapital, was in dem Fall fast die Hälfte vom Kaufpreis wäre. Aber ja, sagt mir immer Bescheid, was ihr von solchen Deals haltet. Habt ihr solche Angebote auf dem Tisch ab und zu? Wenn ja, was macht ihr damit? Verfolgt ihr die weiter oder nicht? Oder reicht ihr sie ab sofort weiter an uns?